Wie wär's mit Iben? Ich hab die geheime Tür der Hexe unten aufbekommen. Ich habe ein kleines Gemüse mit mir gehört. Er hat mir gesagt, dass wir uns von der Witch zu retten. Das klingt sehr gut. Ich würde sehr gerne sein. Ich würde sehr gerne sein, von ihr. Wir brauchen ein paar speciale Dinge. A raven's Feather. A strand of hair from the one you need protection from. A blessing from the dead over the cauldron they are in. Then I need to heat them to a boil together. And then I need to dip in an amulet charged by the moon. You haven't seen any of these things around by any chance. No, I'm sorry, Anna. I haven't seen any of those things. Maybe the witch has some in this basement. Or maybe she's got some books about them. Maybe? Yeah, that's true. Maybe she does. What did you say about the spell again? I think that, well, if there are spell things, then maybe the witch has some in this basement. Or maybe she's got some books about them. I'd better keep looking around. Okay, Anna. Good luck. Alright, that was fun. Back to escaping now. Hmm? It is a very comfy chair. I would use it more if it wasn't for the scare. I think I've seen enough of that machine. Wow, such a pretty thing. I think I've heard about these before. They're meant to be worth a lot of money. So it might help me find medicine for Grandpa. That's a good idea. That wouldn't be useful, I think. 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 What should I actually do with a hexahut? Maybe I should try something else. Maybe I should try something else. I think there are no spells that can help me here. I don't think Ben wants that. He just wants a way out. Hmm. Maybe not here. Maybe not here. Maybe not here. The toilet is in a drawer. It's already open. Mmmmmmm. Maybe not here. It's already open. Oh, there's something written on the side here. Non-toxic. Den könnte man zum Heizen benutzen. Oder einem Drachen ins Maul stecken. Was könnten wir denn jetzt machen? Ein Buch für Party-Tricks. Aha. Ach so. Ich zauber mal was. Ein Tuchseil. Was mache ich denn damit jetzt? Das wäre perfekt für eine Erklärung. Außer ich muss das Ende anziehen, damit es nicht fallen wird, wenn ich es climb. Ah, jetzt aber. Meine Güter, was für den Mann hier kommen muss. Ich... Briefbeschweren dran? Ja, und was mache ich denn damit jetzt? Flucht sein mit Gegenwicht, aus dem Fenster. Das scheint nicht funktionieren. Aha. Nach oben? Da ist... Da ist der Rabe. Okay, das war schon mal gut. Mein Gott. Mein Gott. Was ist das denn? Ach. Hier ist echt ein Drache? Ich fasse es ja nicht. Natürlich ist es nötig. Ich gehe mal ein Stück höher. Hallöchen. Das ist doch gut. Dann kletter ich... Oh, schau. Hier ist die Wälder. Draht unten, auf dieser Seite. Sie ist so nah. Ich bin glücklich, dass sie nicht den Händlerkopf gesehen hat, Jane. Das ist es. Der Weg raus. Als dieses Schutzschwelle bereit ist, können wir endlich rauskommen. Ja, ich... ...äh... Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier... Notdürftige Reparatur. Die Hexe? Okay, okay. Ja, das ist eine wirklich dumme Hexe. Satellitenschüssel. Ja, wir haben da den Vogel. Wir haben einen... Da ist der Mond. Ach, da ist der Mond. Jetzt warten wir mal. Dann haben wir doch hier... Äh... So. Mach das doch. Mach das doch. Hab ich doch. Wie wär's... Ich hab doch den Mond gefunden. Welche stärkere... Lichtquelle... Mondlichtquelle soll es denn geben, außer dem Mond selbst? Am Only ina... Halン? Das sind wir полностью postoff. Wie vet? Ab vor Ort und Weise gehört, Opa. Ich hätte sich nicht gedacht. Das habe ich noch nie funktioniert. Die Mirror gesagt hat, dasinto Blan 최대fer Bedeut muss sein. Ich weiß, ob tle Еще einneg& Embassy不 rechtig ist. Okay, Linda. Wie auch頂 kills mich uncle? Okay,ここ besteht und daw avait quietly pension. Ah. Ja. Und so langsam kommen wir doch dem Ganzen ein Stück näher. Cool. Jetzt haben wir schon mal ein magisches Amulett. Dann nehme ich den 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 den. Okay, dann lasse ich das hier. Den Raben. Womit können wir den Raben denn... äh, Raben? Was anderes. Okay, lieber Rabe. Ich gebe dir einen Kurocken. Ähm, ich gebe dir... Ich gebe dir einen Diamanten. Nein, den möchte ich ihm eigentlich nicht geben. Ähm, was? Das Bild muss ich noch unten dem Ding jetzt zeigen. Dem Geist. Ich geh doch mal rein. Ich muss, denke ich mal, eh durch diese Lücke hier. Ja? If I'm not mistaken, that spot should be right around the bird's nest. Ja? Hm. Perfect. That bird's feather is as good as mine. Oh. Oh. Oh, dear. Uh, hello-ho. Jeez. Touchy little fellow. Das ist weggeflogen. Was mache ich denn da jetzt? Ich nehme den Gold. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich mit mir machen soll. Okay, okay. Okay, okay, das habe ich auch schon gesagt. Ja, oh Mann, was haben wir denn hier alles? Wir haben hier Schutt. Noch mehr Schutt. Ähm, ich bin nicht sicher, dass das viel Hilfe ist. Dieses Ding, das ich habe, ist wirklich ziemlich stark. Ich sollte sich nicht bemerken, dass es jemanden mit ihm verhören muss. Ich weiß nicht, was es ist oder was es macht. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit. Ach. Generator? Was? Wie kriege ich denn? Hallo? Willst du mit mir kommen? Ich bin weg. Ich bin nicht sicher, dass er jetzt mit ihm weiß. Alles klar, komm dann. Nichts worry. Du bist jetzt sicher mit mir. Äh, die packt einfach mal den Drachen ein. Ich fasse es ja nicht. Okay, das hatten wir schon. Wir haben den Baby. Auch ein Babydrache, wie süß. Geben wir dem mal den Wachs mal Stift. Hm. Das ist schon mal gut. Dann können wir nachher den Kessel anschmeißen. Was mache ich mit dem Spiegel? Den Spiegel? Ich wollte doch nur... ... Ach, nö. Oh, die... ... Hm. Okay, oh, jeez. Empfindlich. Aufgeladenes Amulett. Ein Spiegel. Was mache ich denn jetzt mit dem Spiegel? Das schon mal nicht. Wir gehen nochmal aufs Dach kurz. Und dann haben wir ja da den Raben. Vielleicht können wir... ... ... He he he. Nicht zu glücklich vorzusehen. In Ordnung ist er jetzt abwärts! Okay? Jetzt aber, schnapp ich mir einen Fehler. Es tut mir ja wirklich leid, kleiner Raber. Ich musste jetzt einen Fehlerchen klauen. Okay. Hier ist meine Chance. Das Gesicht. Oh Gott. Oh Mann. Okay. Wir haben alles. Nein, wir haben noch nicht alles. Ich muss ja noch mal kurz unten mit dem Galopoulos sprechen. Ach, wir brauchen auch noch das Haar. Wie kriegen wir denn das Haar? Wir brauchen das Haar aus der Spügel. Okay, Tapp ist working. Es gibt ein paar Haare in der Sinkdreine. Es muss die Haare sein. Ich brauche das auch für die Spügel. Es ist wirklich weit unten. Es ist vielleicht sehr schwierig. Also, obwohl es die Haar ausmacht, könnte es auch das Haar ausmacht werden. Das wäre nicht sehr hilfreich. Was? Ist doch egal. Was soll ich denn machen? Also... Warte eine Sekunde mal. Nee, ist nicht so die beste Idee. Den Kurken. Wollte ich ja schon mal in die Spügel stecken. Ich bin sicher, was gut das tun würde. Nein, der Sinkdreine ist zu klein. Ach, Mann. Wie, was, wo, was, wie. Nein, es ist zu groß, um in die Spügel zu befinden. Es muss noch eine andere Weise, um dieses Haar auszutzen. Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwas brauche ich. Ich brauche irgendwas. Ich muss nochmal hier dem Juringel das Bild zeigen. Warum? Wie fahrt ihr mal wegen dem Zauberspruch? Ich bin wieder, Anna. Juringel, du liefst mir. Es ist kein Passageway, nur ein Basement. Okay, okay. Just... Hear me out. In der Basement, Winfriede hat mir etwas zu entrapen. Well, es ist eine Pläne Gold Ring. Mein Wedding Ring, eigentlich. Alles klar. Den habe ich doch schon. Ich brauche nur ein bisschen Hilfe, auch jetzt. Ich werde versuchen, ein Spell zu machen. Ein Schutzschwell. Und wahrscheinlich, ich brauche, die Kultren nach unten zu haben, die von den Toden. Ja, ja, sicher. Ich werde das machen. Just kriege den Ring, okay, Anna? Du musst ihn finden. Hab ich? Hab ich doch. Hier ist ein Ring. Juringel? Sind Sie da? Hi again, Anna. Ich habe es gefunden, Juringel. Was ist das? Könnte es sein? Lass mich mal sehen. Halt es mir vor. Ha. Ja, super. Ich glaube, ich glaube nicht. Ich bin frei. Yay. Das ist großartig, Juringel. Juringel? Ich muss mich finden, Juringel. Aber, ähm, möchtest du mir einfach mit dem Kultren helfen? Mein kleiner Nightingale. Oh, mein silenter Dove. Dein Juringel wird dich finden und dich von diesem wütenden Ort schützen. Ähm, ja, aber Juringel? Der Kultren? Beide nicht, mein Nightingale. Ich komme jetzt. Was? Nicht dein Ernst. Juringel? Bitte warte. Juringel? Great. Na toll. Der hält nicht sein Versprechen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich will jemanden, um die Kultren zu schützen. Juringel? Bist du da? Nein. Nichts. Sein Spirit ist lange weg. So viel für seine Hilfe. Kürze dich, Anna! Hm. Ach, Mann. Tja. Öpne diese Tür jetzt. Ich muss mich doch nach oben legen. Hm. Kürze dich. Was fällt mir da ein? Ich... Das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist, mich mit diesem Tuch hier hinzulegen. So if this book is correct, then... This should help bring the ghost of whoever that is in the pit? Well, I've tried sillier things so far that I've worked out. Here goes nothing, I guess. Was? Klatsch schlägt dich drauf. All right. Got to sleep, got to sleep. Come on, Anna. No more being awake now. I'm not even sleepy, though. Hmph. What would Grandpa say to help me sleep? He'd say... Come now, Anna. Lay down your head. The time for sleep is... here. Come now, Anna. Shut your eyes. The dark, you need not fear. I will. But... Grandpa... You said you read to me tonight, remember? Oh, yes. Oh, da ist er. You were quite right. Quite right. Why don't you bring something over here? Was? Ich muss was machen? Ähm... Okay. Jetzt muss ich... Ja. Ich, ähm... Mach mal eine kleine Aufnahmepause. Ich bin gleich... Wieder zurück. Also, wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin.